Herzlich Willkommen zu dem Erklärvideo zum Thema Lernen und Entwicklung Verstehen. Wenn Sie möchten, können Sie die automatischen Untertitel aktivieren. Das Gesprochene wird dann als Text im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Ebenso können Sie die Geschwindigkeit des Videos nach Ihren Wünschen anpassen oder mit den Kapitelmarkern zu bestimmten Inhalten springen. In diesem Video werden die Grundzüge von Lern- und Entwicklungsprozessen in inklusionssensiblen Lehr-Lern-Settings dargestellt. Konkret geht es um diese Fragen. Was bedeutet Lernen und Entwicklung? Was hat Lernen und Entwicklung mit Sinn und Bedeutung zu tun? Wie wird Lernen und Entwicklung in Lehr-Lehr-Kontexten ermöglicht? Was passiert, wenn Lernen und Entwicklung gestört wird? Doch bevor wir die Fragen beantworten können, muss zunächst geklärt werden, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Lernen und Entwicklungsprozessen genauer auseinanderzusetzen. Lernen und Entwicklung für alle Menschen zu ermöglichen, ist nicht nur Ziel und Aufgabe von Lehrenden. Es ist auch wichtiger Baustein für eine inklusive Gesellschaft. Das meint eine Gesellschaft, die von allen Menschen mitgestaltet wird und in der auch alle Menschen selbstbestimmt teilhaben können. Damit dies gelingt, braucht es einen Blick auf die Lernenden, der ihre persönlichen Entwicklungspotenziale berücksichtigt. Diese Gedanken sind Ausgangspunkt dieses Erklärstücks. Es soll die Entwicklung eines inklusionssensiblen Blicks auf Lernen und Entwicklung unterstützen. Wenn wir uns mit Lernen und Entwicklungsprozessen beschäftigen, lohnt es sich mit dem Gehirn zu beginnen. Das Gehirn wird auch als biosoziales Organ bezeichnet. Das bedeutet, dass es zum einen ein notwendiges Organ für das menschliche Leben ist. Zum anderen ist die Entwicklung des Gehirns abhängig vom Austausch mit anderen Menschen. Es wird durch diesen Austausch geformt. Daraus folgt, der Mensch braucht soziales Miteinander für seine Entwicklung. Und Lernen und Entwicklung finden demnach immer im Austausch mit der Umgebung statt und sind durch sie beeinflusst. Der Austausch mit der Umgebung ist ein grundlegendes Bedürfnis eines jeden Menschen. Bedürfnis meint den Wunsch oder das Verlangen nach etwas wie zum Beispiel Schlaf und Nahrungsaufnahme. Viele Bedürfnisse sind für das Überleben notwendig. Menschen haben demnach also ein Bedürfnis nach sozialem Austausch, nach Zugehörigkeit und nach Gemeinschaft. All diese Bedürfnisse hat ein Mensch das ganze Leben. Man kann sie auch als lebensnotwendig bezeichnen. Demnach sind Lernen und Entwicklung lebenslange Prozesse, die erst mit dem Tod enden. Doch wie lassen sich Lern- und Entwicklungsprozesse genauer beschreiben? Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess. Lernen ist immer Weiterentwicklung. Entwicklung und Lernen bringen Fähigkeiten und Wissen hervor. Fähigkeiten und Wissen entfalten sich, wenn Menschen mit ihrer Umgebung interagieren und sich mit dieser befassen. In dieser Auseinandersetzung mit der Umwelt erleben und erproben Menschen Neues und Unbekanntes. Die dabei stattfindenden Lern- und Entwicklungsprozesse werden auch Verinnerlichung genannt. Anschaulich beschrieben bedeutet das, dass neue Fähigkeiten und neues Wissen zunächst von außen auf uns treffen. Und erst indem wir uns mit diesen auseinandersetzen, können sie nach innen wandern. Das heißt, Menschen können sie verinnerlichen. Verinnerlichung ist also Lernen und Entwicklung. Lernen muss aber nicht immer Verinnerlichung sein. Wenn Lernende zum Beispiel in der Schule etwas lernen müssen, das sie gar nicht interessiert, wird das sehr schnell wieder vergessen. Es wurde gelernt, aber nicht verinnerlicht. Lern- und Entwicklungsprozesse sind dann inklusionssensibel, wenn es Menschen ermöglicht wird, Neues tatsächlich zu verinnerlichen. Wie bereits gesagt, jeder Mensch hat ganz viele verschiedene Bedürfnisse. Und nur das, was den Bedürfnissen entspricht, kann tatsächlich verinnerlicht werden. Das heißt, verinnerlicht wird nur das, was wichtig und bedeutsam für eine Person und einen Menschen ist. Das meint zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten oder spezifisches Wissen, die für den Selbsterhalt, das Miteinander sowie die Lebensgestaltung notwendig sind. Die Verinnerlichung von Neuem ermöglicht es, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, sich in ihr zu bewegen und sie zu gestalten. Bereits zu Beginn des Erklärstücks wurde herausgestellt, dass Menschen für Lernen und Entwicklung sozialen Austausch brauchen. Demnach ist Austausch auch unabdingbar für Verinnerlichung und demnach auch für Lernen und Entwicklung. Denn Unbekanntes wird erst in gemeinsamen Handlungen und Erlebnissen sichtbar. Erst im Miteinander können Menschen erkennen, was sie brauchen, was sie können und was sie werden können. Im gemeinsamen Tun werden neue Fähigkeiten eröffnet, erlebt, erprobt und verstanden. Dadurch können eben diese neuen Fähigkeiten und neues Wissen verinnerlicht werden. Jedoch bedarf es zur Entwicklung neuer Fähigkeiten auch bestimmter Voraussetzungen. Denn neue Fähigkeiten entwickeln sich nicht ohne jeden Bezug. Im Prozess der Verinnerlichung greifen Menschen einerseits auf bereits Erlebtes und andererseits auf damit verbundene Emotionen zurück. Hat ein Mensch positive Erfahrungen mit einem Thema, einer Situation oder einer Lerngruppe gemacht, motiviert dies zur Auseinandersetzung mit Neuem. Das Gehirn öffnet sich. Es reagiert auf angenehme Gefühle mit Offenheit und wendet sich mit Interesse Ereignissen der Umgebung zu. Hat die Person jedoch negative Erfahrungen gemacht, führt dies dazu, dass die Auseinandersetzung abgelehnt wird, dass sich zurückgezogen wird oder auch gänzlich verweigert wird. Das Gehirn reagiert bei unangenehmen Gefühlen also mit Abwehr. Es verschließt sich der Auseinandersetzung mit Neuem. Wie lässt sich die Frage, wie Lernen und Entwicklungsprozesse beschrieben werden können, nun kurz zusammenfassen? Entwicklung und Lernen sind Prozesse, die immer und lebenslang stattfinden. Sie sind wichtig für das Überleben und für die Gestaltung des eigenen Lebens. Erlernte Fähigkeiten und neues Wissen geben uns Orientierung in der Welt. Lernen und Entwicklung sind abhängig vom gemeinsamen Austausch und werden durch Emotionen beeinflusst. Denn nur wenn Neues an Interesse und positive Erfahrungen anknüpft, können neue Fähigkeiten verinnerlicht werden. Das Neue existiert zunächst zwischen Menschen. Im Prozess der Verinnerlichung wandert es mit Hilfe von Austausch nach innen. Was hat Lernen und Entwicklung mit Sinn und Bedeutung zu tun? Wenn sich Menschen daran erinnern, wann sie etwas gelernt haben, dann meistens, wenn sie großes Interesse und Freude daran hatten. Sie hatten Lust, etwas Neues zu lernen. Bildungsprozesse an Schulen und Hochschulen greifen dem vorweg. Die Inhalte und Themen sind durch Institutionen ausgewählt und in Bildungsplänen festgeschrieben. Die AutorInnen dieser Bildungspläne nehmen an, dass diese Inhalte bedeutsam für die individuelle Entwicklung und Teilhabe an der Gesellschaft sind. Inhalte meint in diesem Kontext sowohl Unterrichtsthemen, spezifisches Wissen und notwendige Fähigkeiten, die erlernt werden sollen. Die Aufgabe von Lehrenden ist es, den Lerngegenstand an den Lernenden orientiert aufzuarbeiten. Den Lernenden muss ermöglicht werden, mit und an dem Inhalt in Zusammenarbeit zu lernen. Sind die Inhalte nicht an den Bedürfnissen und Vorerfahrungen der Lernenden ausgerechnet, kann weder Sinn noch Bedeutung hergestellt werden. Aber was sind Sinn und Bedeutung nun genau? Sinn ergibt sich für jeden Lernenden individuell. Ein Inhalt ergibt Sinn, wenn die Auseinandersetzung damit geeignet ist, die Bedürfnisse zu befriedigen. Auch hier spielen positive und negative Erfahrungen wieder eine große Rolle. Haben Lernende mit dem Thema bereits schlechte Erfahrungen gemacht, löst die erneute Auseinandersetzung negative Emotionen aus. Dann wird die Bedürfnisbefriedigung erschwert und die Auseinandersetzung mit dem Thema ergibt für den Menschen keinen Sinn. Ergibt ein Thema für die einzelnen Lernenden keinen Sinn, kann in der Lerngruppe auch nicht gemeinsame Bedeutung entwickelt werden. Sinn und Bedeutung sind jedoch die Basis dafür, dass überhaupt Interesse und Motivation entstehen kann. Lernende haben ganz individuelle Bedürfnisse. Nur sie können Aussagen darüber treffen, wann etwas für sie wichtig oder interessant ist, welches Bedürfnis sie haben und wie sie sich dabei fühlen. Lehrende müssen die Bedürfnisse der Lernenden mit den vorgegebenen Inhalten verbinden, damit Sinn und Bedeutung entwickelt werden kann. Dies stellt eine der wichtigsten Kompetenzen von Lehrenden dar. Dies lässt sich erreichen, indem Lehrende die Lebenswelt der Lernenden in die Auseinandersetzung einbeziehen und Lerngegenstände darin ausrichten. Nur so kann individueller Sinn und gemeinsame Bedeutung entwickelt werden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, inklusionssensible Lernangebote ermöglichen, dass Lernende Sinn und Bedeutung und damit Motivation entwickeln können. Das kann gelingen, wenn die Lerngegenstände an den Interessen der Lernenden orientiert sind. Geschieht dies jedoch nicht, dann wird Lernen gestört oder gar verhindert. Sind Sinn und Bedeutung für die Lernenden erkennbar, kann sich daraus der Wunsch zur Weiterentwicklung bereits erworbener Fähigkeiten ergeben. Vygotsky beschreibt diese aufeinander aufbauende Verinnerlichung als Zone der nächsten Entwicklung. Was meint Vygotsky damit? Die Zone der nächsten Entwicklung beschreibt den Bereich einer lernenden Person, in dem sie das, was sie alleine noch nicht kann, mit Hilfe anderer vollbringt. Es geht um die Fähigkeiten, die Lernenden nur teilweise oder noch nicht entwickelt haben. Die Zone der nächsten Entwicklung bezieht sich auf die noch ungeformten Potenziale, auf das, was ein Mensch werden kann. Es geht dabei jedoch nicht um Lerninhalte wie diese, die im Lehrplan festgeschrieben sind. Die Zone der nächsten Entwicklung beschreibt einen Raum zwischen Lernenden und Lehrenden, in dem sie neue Fähigkeiten miteinander entwickeln können. Diese Fähigkeiten sind im sogenannten Prozess der Reifung. Das heißt, sie befinden sich im Übergang von der Zone der aktuellen Entwicklung zur Zone der nächsten Entwicklung. Die Zone der aktuellen Entwicklung beschreibt den Handlungsraum eines Menschen, in dem er ohne Hilfe anderer handeln und erlernte Fähigkeiten selbstständig nutzen und ausführen kann. Um von der Zone der aktuellen Entwicklung in die Zone der nächsten Entwicklung zu gelangen, benötigen Menschen zunächst Unterstützung. Die Unterstützung kann dann nach und nach verringert werden, bis die Menschen und Personen die Fähigkeiten alleine beherrschen. Für den Übergang der Zone der aktuellen Entwicklung in die Zone der nächsten Entwicklung braucht es auch immer Zusammenarbeit. Denn, wie bereits gesagt, die ungeformten Fähigkeiten werden erst im gemeinsamen Handeln sichtbar. Das gemeinsame Handeln an einem Inhalt wird auch Kooperation genannt. Lernende können durch Kooperation Sinn entdecken, lernen und sich weiterentwickeln. Das bedeutet für den Übergang von der Zone der aktuellen Entwicklung in die Zone der nächsten Entwicklung muss Kooperation ermöglicht werden. Somit lässt sich die Frage, wie Lernen und Entwicklung ermöglicht werden kann, wie folgt beantworten. Lernen und Entwicklung gelingt dann, wenn Lernende noch ungeformte Fähigkeiten weiterentwickeln können. Diese Fähigkeiten werden mit der Zone der nächsten Entwicklung beschrieben. Damit der Übergang in die Zone der nächsten Entwicklung erfolgreich ist, müssen Interessen und Erfahrungen der Lernenden berücksichtigt werden. Außerdem muss Kooperation am Thema möglich sein. Werden diese Aspekte bei der Planung von der Lernsettings einbezogen, können Lernende Sinn und Bedeutung entdecken, Motivation entwickeln und sich gegenseitig unterstützen. Lehrende haben die Aufgabe, diese Lern- und Entwicklungsprozesse zu begleiten und zu fördern. Dazu müssen sie eine verstehende Perspektive einnehmen. So können sie die in Reifung befindlichen Fähigkeiten erkennen. Doch was passiert, wenn Lernen und Entwicklung gestört werden? Im Verlauf des Erklärvideos wurde immer wieder herausgestellt, dass eine Nichtbeachtung bestimmter Aspekte Lernen und Entwicklung stört. Diese Aspekte sind fehlender Einbezug von individuellen und emotionalen Vorerfahrungen, fehlender Einbezug des Vorwissens und eine Nichtbeachtung der Interessen der Lernenden, sowie die fehlende Möglichkeit, Sinn und Bedeutung zu entwickeln und in Zusammenarbeit zu lernen. Fehlen diese Punkte, führt es immer wieder zu negativen Emotionen bei den Lernenden. Sie machen so schlechte Erfahrungen in den Lernprozessen. Um diese negativen Emotionen zu vermeiden, entziehen sie sich Lern- und Entwicklungsprozessen. Dieses Verhalten wird Kompensation genannt. Kompensationen sind vermeidende Ersatzhandlungen. Sie finden meist unterbewusst statt. Das heißt, die Lernenden wissen nicht, warum sie sich so verhalten. Kompensationen sind demnach funktionale Handlungen eines Menschen und somit auch immer sinnvoll. Das Umfeld jedoch, also Lehrende und Lernende, nehmen dies meist als Störung wahr. Statt nach Ursachen und Auslösern zu fragen, reagieren sie mit Strafen. Die Folge ist, dass weitere ausschließende Situationen geschaffen werden. Es kommt zu immer mehr schlechten Erfahrungen und negativen Emotionen. Lernen und Entwicklung werden so unterbrochen oder ganz verhindert. In einer solchen Spirale wird die Chance zur gleichberechtigten Teilhabe an Lernprozessen verwehrt. Wir sind nun gleich am Ende des Erklärvideos angekommen. Zum Schluss sollen nochmal die Antworten auf die einzelnen Fragen zusammengefasst werden. Was bedeutet Lernen und Entwicklung? Lernen und Entwicklung sind lebenslange und andauernd stattfindende Prozesse. Sie dienen der geistigen, körperlichen und sozialen Selbsterhaltung eines jeden Menschen. Lernen und Entwicklung sind abhängig von Erfahrungen. Sie knüpfen an vorhandene Fähigkeiten und bereits verinnerlichtes Wissen an und entwickeln dies weiter. Was hat Lernen und Entwicklung mit Sinn und Bedeutung zu tun? Damit Lernen und Entwicklungsprozesse stattfinden können, müssen Menschen Sinn und Bedeutung hinsichtlich des Inhaltes entwickeln können. Sinn und Bedeutung entsteht dann, wenn der Inhalt interessant und für die Befriedigung individueller Bedürfnisse bedeutsam erscheint. Nur so können Menschen Motivation entwickeln. Die Entwicklung von Sinn und Bedeutung bedarf neben der Anschlussfähigkeit an individuelle Interessen und Bedürfnisse auch die Zusammenarbeit. Wie wird Lernen und Entwicklung in Lehr-Kontexten ermöglicht? Damit Lernen und Entwicklung gelingt, muss der Übergang von der Zone der aktuellen Entwicklung in die Zone der nächsten Entwicklung ermöglicht werden. Die Zone der nächsten Entwicklung umfasst dabei all die Fähigkeiten, die noch ungeformt sind und sich nur mit Hilfe entwickeln können. Der Übergang von der Zone der aktuellen Entwicklung in die Zone der nächsten Entwicklung ist dabei abhängig von Emotion und Bedarf Kooperation. Positive Emotionen fördern und negative Erfahrungen hemmen Lernen und Entwicklung. Dabei ermöglicht Kooperation gegenseitige Unterstützung und öffnet einen Raum gemeinsam geteilter Erkenntnisse. Ausgangspunkt für die Gestaltung von Lernprozessen müssen die Lernenden sein. Dazu braucht es die Übernahme einer verstehenden Perspektive. Sie ermöglicht die noch ungeformten Fähigkeiten zu erkennen. Was passiert, wenn Lernen und Entwicklung gestört wird? Werden die oben genannten Punkte nicht beachtet, werden Lern- und Entwicklungsprozesse nicht in Gang gesetzt, werden gestört oder ganz verhindert. Kurzfristig bedeutet dies, dass Lernende zum Beispiel eher desinteressiert wirken. Wiederholen sich jedoch ausschließende Situationen, verstärken sich die Kompensationshandlungen und können zur gänzlichen Verweigerung von Lehr-Lern-Situationen führen. Inklusionssensible Bildungsangebote müssen demzufolge darauf abzielen, Ausschluss zu verhindern. Damit wird Lernen und Entwicklung für alle entsprechend ihrer Bedürfnisse möglich und somit auch Teilhabe für alle an der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens. An dieser Stelle endet das Erklärvideo zu Lernen und Entwicklung Verstehen. Vielen Dank, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.